Hallo und Willkommen, ich bin Mk3 und wie ihr seht, es ist natürlich noch mal Zeit für Azulane. Und ja, da wir ja letzte Woche schon besprochen haben, was in diesem neuen Event alles aufgeschlagen ist, machen wir heute mal ein bisschen was anderes. Denn wir werden uns mal ansehen, welche Mechaniken bis jetzt so in Azulane aufgeschlagen sind. Und beginnen tun wir vorzugsweise einfach mal mit dem Thema Erfahrung. Wo kriegen wir überall Erfahrung her im Spiel? Der einfachste Weg wäre natürlich Sorties zu machen. Das heißt, man einfach so auf die Kampagnenkarte gehen, einfach Missionen auswählen und reinmarschieren. In der Regel kriegen wir ja dann nicht nur Ressourcen, sondern eben auch Erfahrung für unsere Schiffe, die im Kampf eben mitbeteiligt sind. Ja, mehr oder weniger, die also andere Gegner abschießen. Natürlich können wir auch täglich Missionen machen, wo wir die eine oder andere spezielle Ressource rauskriegen gehen können. Und wir können natürlich auch PvP machen, denn auch dort gibt es tatsächlich für die Schiffe, die am Kampf beteiligt sind, eben Erfahrung. Und wenn wir ein bisschen schwerere Gegner schlagen, auch ein bisschen mehr Erfahrung. Aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten im Spiel Erfahrung zu kriegen, nämlich zum Beispiel über den Dorm. Weil alle Schiffe, die sich hier drin aufhalten, tun eben mit der Zeit Erfahrung gewinnen. Das Einzige, was wir machen müssten, wäre eben diesen Schiffen zwischendurch Essen geben. Jawohl. Natürlich gibt es auch welches, was Echtgeld kostet, was man nicht unbedingt braucht. So bis hierhin zu diesem, in dem Falle wären es glaube ich Curry, was man den Schiffen geben kann, ja. Theoretisch kann man das Ding geben und dann gibt es auch so einen Erfahrungsbonus. Und natürlich sollte man eben mal diesen Balgium vollhalten, wenn es denn eben geht. Nicht wahr, nicht wahr? Weil sonst werden die nach ziemlich angefressen, wenn das Essen eben mal alle gehen sollte. Und ja, natürlich, je mehr ihr vor allem das hier ausgebaut habt, also die Größe des Raums, als natürlich auch Equipment, was sich hier drin aufhält, erhöht witzigerweise eben diese Happiness-Level. Wobei, ihr müsst die Gegenstände nur besitzen. Aufstellen in dem Raum müsstest du es witzigerweise nicht. Ja, ich habe nämlich sehr viele mehr Gegenstände, als jetzt hier gerade zu sehen sind. Und die zählen aber trotzdem bis zu gewissen Wert. Wenn ich oben draufklicke, sollte man auch hier was kriegen. Genau, ich habe jetzt schon 81% Bonus und dann hört es mehr oder weniger auch auf. Ich kann zwar noch neue Möbelstücke kriegen, aber wenn ich jetzt hier mal in den Shop gehe und gucke, was man sich noch hier holen könnte, zum Beispiel hier Afternoon Tea, irgendwas. Wenn ich jetzt hier draufgehe und sage jetzt One-Tap-Purchase, machen wir mal gerade, just for fun. Dann würde ich hier, wenn ich das ganze Set mir hole, nichts mehr dazu kriegen. Weil hier steht nämlich das, was wir noch dazu kriegen würden. Und wenn da schon eine Null steht, lohnt sich das nicht wirklich, es sei denn, ich finde toll, was da zu sehen ist. Und ja, hier oben ist auch direkt eine Ressource, die ich vielleicht mal gleich ansprechen müsste, aber das tun wir gleich. Wir tun gleich, uns um die Ressourcen kümmern, aber ja, hier gibt es extra eine Ressource, um eben Möbel zu kaufen, ohne Echtgeld zu bezahlen. Wichtig. So, das wäre schon mal Dorm gewesen, Wunderbärchen. Und ja, natürlich die andere Möglichkeit wäre hier, was wir auch gleich sehen werden, was nämlich gerade fertig geworden ist, nämlich eine Commission ist fertig geworden. Und das war die Research Mission 3 in dem Fall. Und da gab es natürlich jede Menge Erfahrung für, was ich auch die ganze Zeit am Wiederholen bin. Weil damit levelt man schon ziemlich fix seine Schiffe. Und da gibt es natürlich auch ein paar Ressourcen natürlich zwischendurch, die auch nicht schlecht sind. Und am besten, ich stelle das direkt nochmal neu, nämlich hier diese Research Mission, die hier, oh ja, das ist auch eine wichtige Sache, gerade in dem Zusammenhang sage ich es, weil wenn ihr anfangt zu spielen, habt ihr manche Sachen, die ich heute anspreche, noch gar nicht freigeschalten. Oder eben, zum Beispiel die Research Mission wird wahrscheinlich dann eins nur sein. Heißt man, es gibt da für weniger Erfahrung und weniger Ressourcen raus, aber wahrscheinlich kostet es dafür auch weniger Öl. Und mittlerweile haben wir auch einen schönen neuen Button hier gekriegt, nämlich dieselbe Flotte nochmal losschicken. Und dann schicke ich die ganzen Schiffe einfach nochmal los und die kriegen alle nochmal Erfahrung. Machen wir es mal. Das kostet mich allerdings auch 1200 Öl. Machen wir es aber trotzdem, weil das ist schon ziemlich nice auf der Schiene, eben seine Schiffe zu leveln. Aber es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln, nämlich über die Akademie. Denn wenn ihr genug Level haben solltet mit eurem Account, gibt es irgendwann auch Zugang zu dieser Lecture Hall hier oben. Was mehr oder weniger eigentlich eine Schule ist, wenn man es genau nimmt. Und ihr könnt natürlich auch ausbauen, diese ganze Geschichte, damit eben dieser mögliche Balken hier unten richtig lang werden kann. Das heißt, ihr könnt richtig viele Punkte eben ansammeln. Und wenn ihr eben dann Schiffe hier reinschmeißt, gibt es eben auf der maximalen Stufe 4800 eben Erfahrungen pro Stunde. Und wenn ich mich vertan habe, je mehr Schiffe wir hier auch reinschmeißen, desto weniger kriegt zwar jedes Schiff, aber wir tun eben mehrere Schiffe auf einmal damit ausbilden. Ich könnte mich gerade vertun, aber ich meine, so ungefähr wäre es gewesen. Wie dem auch gerade sei, tatsächlich ist es aber, wir können nicht alle Schiffe hier reinschmeißen, denn jeden Tag ändert sich dann das Schiff, was hier vorne steht. In dem Falle, glaube ich, wäre es Amazon, die ist auch für Zerstörer. Deswegen habe ich gerade auch sie hier reingetan und hat quasi Privatunterricht gekriegt. Und an anderen Tagen gibt es auch eben andere Klassen von Schiffen, die eben dann hier Erfahrung kriegen könnten. Die maximale Länge, glaube ich, hier von der ganzen Schulklasse hier sollte zwölf Stunden betragen. Und dann fehlt auch hier ziemlich viel Erfahrung. Ah ja, je höher man übrigens diese ganze Schule hier ausbaut, desto schneller kriegt man übrigens auch von den Sorties eben diesen Erfahrungsbalken auch aufgeladen. Naja. Und das wäre zum Thema Erfahrung eigentlich sogar schon gewesen. Und meine Lieblingsengen sind tatsächlich einmal der Dorm, als auch eben diese eine Commission, die ich gezeigt hatte. Und die Lecturing Hall vergesse ich nahezu ständig. Und gerade das Schiff, was ihr drin sehen konntet, war nur deswegen da, weil ich es fürs Video reingeschmissen habe. Weil, wie gesagt, die Ecke benutze ich sonst nahezu nie. Und man kann es auch nicht in Kombination benutzen mit dem Dorm. Man kann wieder entweder oder nur reintun. Deswegen, äh, da ist der Dorm mir tatsächlich ein bisschen lieber. Gut, gehen wir ein bisschen weiter, nämlich zum Thema Ressourcen im Spiel. Weil nebenbei, dass ich ja eben für die Research-Mission hier gerade 1200 Öl rausgehauen habe, wir kriegen auch sehr viel von diesen Münzen eben da raus. Und die Münzen brauchen wir dummerweise für sehr viele Sachen im Spiel. Und aber ansonsten sind die Commission super für alles andere. Nämlich gerade zum Thema Münzen, als auch Öl, ein bisschen Erfahrung. Und eben Wisdom Cubes, um Schiffe zu bauen. Quick Finisher, wenn ihr Schiffe sofort Bänden haben wollt, die Konstruktion. Oder eben Ausrüstung in diesen Tech-Kisten. Ah ja, und natürlich hier diese ganzen Ressourcen. Extra diese Rewehrung, die man kriegt eben, um den Dorm auszubauen. Und ja, das, was ich eben noch sagte, das ist die eine Ressource, die eben benötigt wird, neben den Echtgeld-Ressourcen, um eben im Dorm gerade Möbel zu kaufen. Oder ganze Sets von Möbel, wenn es nicht sein muss. Deswegen, hier die Commissions ständig farmen lassen von den Schiffen, ist eine gute Idee. Ist wirklich auf lange Sicht eine sehr, sehr gute Idee. Dann müssen wir ganz kurz nochmal in die Akademie schauen. Denn hier schaltet natürlich noch die andere wichtige Passiv-Komponente frei, wenn ihr eben gerade Öl oder Münzen haben gehen wollt. Nämlich einmal der Merchant. Wenn man das Ding nämlich maximal ausbaut, dann kriegt man eben, wie war es, 300 Münzen jede Stunde. Okay, sage ich mal. Also maximal Stufe 10. Oder eben die Kantine, wo es eben, warum auch immer, Öl hergibt. Und dann gibt es eben 90 Öl pro Stunde. Und das wären eigentlich schon die einzigen Ecken gewesen, beinahe, wo man eben Öl und Münzen herkriegen kann. Und die andere Alternative wäre natürlich, wenn es bei Events zum Beispiel sowas gibt. Gerade wird gesagt, hey, du kannst aus dem speziellen Event-Shop vielleicht Öl oder Münzen kaufen. Naja, wenn es nötig ist und ihr zu viele Punkte rumliegen habt bei dem jeweiligen Event, dann kann man natürlich auch da was her mitnehmen. Achso, in dem Zusammenhang übrigens, im Dorm, dieses ganze Essen, tut man normalerweise bzw. auch mit Öl kaufen. Und dann gibt es nur eine Alternative zu. Nämlich dieser General Store, den wir jetzt gerade sehen. Zwischendurch haben die auch tatsächlich hier gegen eben diese Münzen, nicht nur Tech-Kisten oder eben Tech-Bücher zum Ausbilden eben der Schiffe, sondern eben auch Essen teilweise hier, was da Münzen kostet. Das ist dann eine schöne Alternative, wenn man eben das Öl nicht unbedingt ständig dafür ausgeben möchte. Ja. Generell ist aber der Shop sehr wichtig. Das solltet ihr jeden Tag zumindest mal kurz reingucken, ob da irgendwas euch gerade ansprengt. Weil manchmal gibt es ja auch Wisdom-Cubes gegen Münzen zu haben. Und mal im Ernst, ihr kommt wahrscheinlich sehr viel einfacher als Münzen dran, als an viele Wisdom-Cubes. Aber Wisdom-Cubes, die brauchen wir natürlich, um generell Schiffe zu bauen im Spiel. Und wir kommen da nicht wirklich außen herum. Deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, sehr sparsam generell mit Wisdom-Cubes umzugehen. Und deswegen baue ich jetzt, wenn das Event für mich quasi vorbei ist, auch immer brav nur drei Schiffe am Tag. Eigentlich baue ich nur eins, aber für das Event nötig ist es momentan ja drei. Deswegen machen wir es mal gerade. Machen. Benutzt die Quick-Finisher, die wir ja gekriegt haben von der Quest. Und diese Schiffe, witzigerweise, können wir natürlich auch wieder zu einer Ressource umwandeln, wenn wir wollen. Jetzt nicht gegen Öl und Münzen, sondern eben auch, erlaubt mich kurz gucken, haben wir nämlich ein Schiff. Ja, Thatcher ist nämlich gerade hier wieder doppelt, deswegen können wir sie ruhig wegrauchen. Also jetzt sehen wir auch schon, was wir kriegen. Wir kriegen ein ganz klein bisschen Münzen, ein bisschen Öl und wir kriegen eben auch diese Merits. Lass mich kurz gucken, wie sie noch heißen. Genau, Medal of Honor, Fragezeichen. Ja, genau. The Medal of Honor kriegen wir da ein bisschen hergeschmissen und das verkaufen wir auch noch direkt. Ein paar extra Münzen, wunderbar. Denn nämlich diese Medal of Honors tun wir hier benutzen, um diese Sachen hier freizuschalten. Oder wenn Samus auch so eins der super selben Schiffe, wenn wir es dann eben noch nicht haben sollten. Zwischendurch gibt es natürlich auch ein paar schöne Items, die es hier abzugreifen gibt gegen die Teile. Nur, wie gesagt, man sollte nicht zu verschwenderisch mit diesen Medaillen umgehen, weil, wie gesagt, wir müssen dafür ja Schiffe opfern, die eher über dem weißen Level sozusagen sind. Und da muss man schon am besten zweimal drüber nachdenken, ob man die wirklich loswerden will. Natürlich, je seltener das Schiff ist, desto mehr Punkte kriegt man auf einmal noch da raus. Aber wie gesagt, Vorsicht, Vorsicht. Nicht die seltenen Schiffe alle gleich wegrauchen und sagen, Opala. Und natürlich gibt es auch für tägliche Missionen, die wir hier nämlich sehen, auch noch eben Wisdom Cubes zum Beispiel oder eben diese Münzen. In meinem Fall habe ich jetzt drei Schiffe gebaut, weil ich diese Event-Ressourcen noch haben will. Und noch so eine Medal of Honor kriegt man einmal am Tag eben nochmal extra, sollte man eh irgendein Schiff eben retiren. Auch übrigens, wenn es ein Schiff war, was übrigens gar keine Medal of Honor einem gegeben hätte. Nehmen wir die Rute gerade mal mit. Scorn noch ein bisschen runter, was sonst nämlich hier gerade noch so rumhantiert. Generell hier darauf einen Blick zu schmeißen am Tag ist eine sehr gute Idee, weil dadurch wisst ihr auf jeden Fall, was ihr am Tag vielleicht machen solltet. Damit ihr irgendwie einen roten Faden habt, um überhaupt durchs Spiel zu kommen. Heißt mal, wir wollten, solange ihr noch irgendwo hieß das Wort Daily hier stehen habt, ihr habt ja noch irgendwas zu tun. Und am Ende des Tages, wenn die Woche erstmal halbwegs vorbei ist, solltet ihr in der Lage gewesen sein, auch die ganzen wöchentlichen Quests sozusagen zu beenden. Weil mehr oder weniger sind die ganzen nämlich basierend auf den ganzen täglichen. Das heißt, wenn ihr jeden Tag alle täglichen macht, zum größten Teil, dann solltet ihr vielleicht zum größten Teil auch nach diese ganzen wöchentlichen fertig haben. Mit wenigen Ausnahmen, aber hey, das kann man dann glücklicherweise relativ schnell dann ja noch fertig machen, indem man sagt, zum Beispiel beim Bauen von Schiffen meine ich mich sehr zu erinnern, dass wenn die Woche anfängt, man muss, glaube ich, zehn Schiffe, glaube ich, die Woche bauen. Und da, darf ich kurz gucken, ist die wöchentliche Quest noch irgendwo hier gerade rum? Da, genau. Wir müssen zehn Schiffe die Woche bauen und normalerweise baue ich immer nur ein Schiff am Tag. Aber jetzt während des Events baue ich eh mehr als ein Schiff am Tag, deswegen ist das egal. Aber generell ist das eine gute Idee. Generell ist das eine gute Idee, ich sag mal, am letzten Tag der Woche kurz gucken, ob man nicht ein paar wöchentliche Quests noch gerade irgendwie schnell fertig kriegen kann. Zum Beispiel eben gerade hier die Geschichte, dass man einfach so sechs Wisdom Cubes und 2000 Münzen noch extra kriegt. Warum nicht, sag ich mal. So, das wäre es zum größten Teil eigentlich schon gewesen an Ressourcen. Ich glaube, jetzt habe ich sogar beinahe alle erwähnt. Die Echtgeld-Ressource, natürlich kann man Echtgeld bezahlen logischerweise. Und natürlich, ihr spielt aber die Kampagne durch und tut ein paar Schiffe auf Maximum-Level, nämlich über Momento. Weil da gibt es nämlich als Belohnung zwischendurch diese Echtgeld-Währung tatsächlich auch. Aber sonst ist es eher knapp, muss man sagen. Das Spiel wirft da nicht unbedingt sehr krass mit Echtgeld zu. Aber dennoch, gerade bei Commissions sind zwischendurch tatsächlich Missionen bei, wo es heißt, oh, mit ein bisschen Glück kriegst du Echtgeld auch dann. Also Echtgeld, diese Diamanten oder Rubine, diese Echtgeld-Ressource eben raus. Aber natürlich gibt es noch ein paar andere spezielle Ressourcen, zum Beispiel unter dem Hard-Modus, den ihr standardmäßig auf der Kampagnenkarte ja angehen könnt. Am besten, ihr so hoch euch durchkämpfen wie Menschen möglich, um dann eben die Mission zu farmen. Denn dort kriegt ihr in der Regel immer diese Core-Data her. Und die können wir natürlich wieder im speziellen Shop auch rausgeben. Genau, nämlich hier in diesem Core-Data-Store, der übrigens alle, glaube ich, 30 Tage oder 28 Tage, naja, zumindest monatlich quasi immer auch das Sortiment teilweise ein bisschen abändert. Und da sollte man auf jeden Fall sparen gehen. Ich habe vielleicht ein bisschen überzogen mit dem Sparen gehen, weil ich habe mir in der Regel immer alles geleistet und lasse danach eigentlich immer die Finger davon. Gerade hier unten die Klamotten, hier diese Tech-Kisten, die zwar toll aussehen, würde ich nicht mitnehmen. Wartet lieber darauf, bis hier oben so Gegenstände dabei sind, die toll sind. Die Tech-Kisten kriegt ihr auf anderen Wegen noch. Und gerade weil ich es hier sehe, nämlich diese Cognitive Chips, die brauchen wir tatsächlich auch noch, wenn unser Schiff erstmal auf Level 100 kommen sollte. Denn sollte euer Schiff erst dann die maximale Sternanzahl erreicht haben und danach Level 100 erreicht haben, geht es nur noch weiter, wenn ihr eben diese Cognitive Chips habt und ein paar Coins. Weil dann schaltet nämlich alle fünf Level immer das Weitergehen frei bis zum Maximallevel eben von Level 120 und dann ist erstmal Schicht im Schacht. So, jetzt haben wir glaube ich wirklich über alle die speziellen Ressorts mal erklärt, oder? Ich hoffe, ich hoffe, sonst fällt mir gleich womöglich wieder eine neue ein. Wait, stopp, einer ist mir eingefallen, einer ist mir eingefallen, wegen PvP. Denn wenn ihr im PvP logischerweise unterwegs gewesen seid, wo euer Schiffe zu leveln vielleicht, gibt es natürlich auch PvP-Punkte davon. Nicht, dass ihr jetzt unbedingt die Besten und Tollsten unbedingt immer ständig sein müsst, aber Hauptsache ihr macht jeden Tag euer paar Kämpfe, da gibt es immer wieder ein paar Punkte dafür. Dann könnt ihr sie eben auch ausgeben. Da hast du vollkommen recht, denn da gibt es eben diesen Merit Shop, mehr oder weniger, dass man diese PvP-Punkte auch noch ausgeben kann. Und es gibt eben auch zwei exklusive PvP-Schiffe hier raus, die okay sind, sei jetzt mal. Die sind jetzt nicht das beste, sag ich schon, Brot, aber man kann sie ruhig einmal ruhig mitnehmen, damit man sie eben hat. Und danach könnt ihr eben zwischendurch auch hier diese Prototypen-Schiffe eben oder Bulleins eben rauskriegen oder Universal Bulleins eben. Und manchmal gibt es in dem Shop eben auch Wisdom Cubes. Ha, was auch immer ihr euch hier rauskaufen wollt, naja, wenn ihr nicht zu viele Punkte habt, dann, mein Gott, gibt es halt aus, für was ihr immer euer meint. So, jetzt haben wir mal hoffentlich endlich die Ressourcen, beinahe endlich alle durch. Ich gehe jetzt nicht auf irgendwelche Event-Ressourcen mehr ein, sonst nehme ich mal früh noch hier. Okay, ich würde sagen, wir sollten uns was anderes angucken. Ja, Schiffe selber. Wie funktioniert das überhaupt mit den Schiffen? Ich meine generell jetzt. Ich meine, ein Schiff kriegen ist das eine, das Schiff Level ist das andere. Limit Breaken ein Schiff, auch eine wichtige Sache. Ich habe mir mal gerade ein Schiff rausgesucht, was nämlich nicht mehr weiter leveln kann, ohne dass ich nämlich weitergehen, das Limit Break mal hier weiter ertreibe. Und die Idee ist eigentlich folgendermaßen, wir tun einfach nur Sterne hier oben dabei fügen. Dann müssen wir nur auf Limit Break normales standmäßig gehen, am besten eine Kopie von dem Schiff haben und eben ein paar Coins. Und dann könnten wir eben, oder eben diese Prototyp Bullion, das könnt ihr auch theoretisch nehmen, sagen wir mal, ja. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann das Schiff eben bis zum maximal Level 80 kommen und es kriegt natürlich die Stats erhöht. Nachteil generell beim Limit Breaken ist natürlich, das Schiff verbraucht dann ständig, wenn es in Einsatz geht, natürlich mehr Öl. Wenn ihr also was Farmen gehen wollt, vielleicht Schiffe dabei haben, die ein relativ hohes Level haben und vielleicht nicht so viele Limit gebroken haben und dann wird plötzlich der Einsatz der Schiffe nämlich super billig. Ja, Plan B nenne ich sowas auch. Aber im Ernst, wenn ihr danach Schiffe richtig super tough haben wollt, dann könnt ihr nicht bei Level 70 stehen bleiben. Dann macht es schon durchaus Sinn, immer weiter und weiter und weiter die Schiffe auszubauen, bis sie eben am besten maximal Level 120 erreicht haben. Und dann geht es natürlich weiter mit Formation. Wir müssen natürlich die ganzen Schiffe noch in der Formation packen, damit wir sie eben schnell und weniger aufwendig eben nachher in den Sorties auch benutzen gehen können. Und wir können eben verschiedene Setups eben hier auch hinbauen. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, sechs verschiedene Flottenplätze hier. Genau. Und da können wir eben diverse Kombinationen von Schiffen zusammenschmeißen, eben von Support-Schiffen oder der Main-Fleet eben oder der Vanguard-Fleet. Und am Ende des Tages, ich habe extra schon mal ein Video gemacht dafür, aber wenn ihr erstmal in der Lage seid, ein bisschen höheres Level zu haben und coole Schiffe als Auswahl habt, Ich persönlich, ich persönlich gerade, bin momentan großer Fan von der Idee, dass wir entweder für manche Karten nur Schlachtschiffe hinten haben, weil die einfach selber sich verteidigen gehen können gegen so andere Schiffe, die direkt Angriffe starten, die so schnelle Motorboote an euch vorbeirasen. Oder natürlich sagt ihr dann, oh, ihr wollt ihr was nur kaputt machen und zwischendurch vor allem bei Bosskämpfen die Karte wegräumen vom gegnerischen Beschuss, dann wäre es natürlich sinnig, vielleicht Flugzeugträger dabei zu haben. Weil jedes Mal, wenn ihr nämlich Flugzeuge starten lässt, alle gegnerischen Schüsse von der Karte verschwinden. Das ist in der Hinsicht ziemlich nice und das ist bei den Kriegsschiffen eben nicht der Fall. Ähm, ja, aber am Ende des Tages, äh, ich bin tatsächlich ein großer Freund von leichten Kreuzern, leichte Kreuzer von der Wind, es sei denn, es geht sehr ans Auswahl, extrem ausweichen, weil dann sind Zerstörer am Ende des Tages, phänomenal, aber da muss man erstmal hinkommen. Und die brauchen noch schönes Equip, vernünftig Level, weil sie halt wirklich nicht viel aus und, ähm, die können nicht viel Treffer kriegen, bevor sie weg sind. Leichte Kreuzer auf der Schiene vielleicht, so ein Mittelding eben zwischen dem schweren Kreuzer und den Zerstörern. Das Beste aus beiden Welten, naja, zum Teil. Und natürlich gibt es noch eine Möglichkeit, euer Schiff ziemlich gut auszurüsten. Bei manchen Schiffen gibt es nämlich Retrofits. Ja, da könnt ihr eben gegen Einsatz von gewissen Ressourcen, die glücklicherweise hier noch angezeigt werden, immer so einzelne Abschnitte hier freischalten. Und wenn ihr eben alles freigeschalten habt, könnt ihr eben dem Schiff auch eben neue Skills geben, beziehungsweise Skills freischalten schlicht ergreifend. Und das ist natürlich dann sensationell, muss ich mal sagen. Es kriegt auch in der Regel neuen Skin, wenn das freigeschalten wurde, das alles. Was ziemlich nice. Es ist halt nur sehr teuer und gerade diese, ja, Retrofit-Pläne zu kriegen, ist ein bisschen langfristiges Projekt. Vor allem kostet es verdammt viele, äh, Skillbücher, als auch eben diese Münzen. Und natürlich, ganz wichtig, wenn ihr Schiffe levelt, ihr sollt natürlich auch zwischendurch hier Schiffe reinopfern, um eben diese ganze Geschichte hier auf Maximum zu kriegen. Denn, äh, beim Leveln kriegen die Schiffe durchaus Bonus-Stuts. Aber wenn ihr eben, zum Beispiel beim Zerstörer hier, der natürlich viele Torpedo-Angriffe hat, müsstet ihr am besten so ein paar Zerstörer eben hier reinopfern, damit eben diese ganzen Werte noch aufgefüllt werden. Weil die sind meistens nicht alle Maximum. Und beim Ernst, ihr wollt ja die möglichen Stuts von Schiffen auf Maximum am Ende des Tages auch kriegen. Das ist eine wichtige Ecke. Und beim Ernst, ihr kriegt dann auch so viele Schiffe hinterher geschmissen, gerade die weißen Schiffe, ihr wisst gar nicht, wohin damit. Hier einfach reinopfern ist eine gute Idee. Ja, dann müsst ihr sie nicht irgendwie alle nur in Rente schicken, quasi, die Schiffe. Wobei, wenn man ganz im Ernst, ich tue hier nie Schiffe reinopfern, die blau oder violett oder geschweige denn SR-Schiffe sind. Nein, nein, nein. Hier kommen wirklich für mich zumindest immer nur diese Kammern, also diese weißen Schiffe rein. Weil alles andere könnte ja wieder diese, ja, Medal of Honor aus einem bringen. Ja, ja, ja. Und natürlich gibt es auch noch Equipment für das jeweilige Schiff. Holy shit, es hört auch gar nicht mehr auf heute, oder? Ey, es hört wirklich nicht auf. Und am besten springen wir ganz kurz rüber ins Depot. Denn im Depot kriegt ihr so Diverses angezeigt, was ich hier sehe gerade, wie ich das für ein Zeug rumliegen habe. Ja, gerade vor allem diese Retro-Schiff-Blaupausen hier, die ihr natürlich sammeln müsst wie bescheuert, damit ihr ein Schiff eher nachher aufwerten gehen könnt. Also natürlich Tech-Kisten, wo in der Regel fertiges Equipment drin ist. Je höher die Farbe ist sozusagen, desto besseres Equipment kommt in der Regel auch raus. Das heißt, von Worten, hier sollte ich in der Regel nur Elite-Equipment rauskriegen. Und bei diesen regenbogenfarbenen Kisten gibt es halt automatisch goldenes Equip raus. Ja. Was natürlich eine schöne Sache ist. Und natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel auf Karten kriegt ihr in der Regel nicht komplettes Equipment, sondern eben nur Bruchstücke davon. Und wenn ihr genug davon habt, könnt ihr sie hier bei Craft nämlich auch zusammenfuddeln gehen, damit ihr so ein fertiges Teil danach habt. Zwischendurch gibt es natürlich auch Prototypen-Sachen, aber darauf gehen wir gleich noch ein. Ja, aber generell, auf der Schiene natürlich auch Equip zu kriegen, ist auch eine schöne Idee. Ist aber auch eher für die langfristige Klamotte. Falls ihr da genug Schiffe habt, dann wollt ihr womöglich eine Knarre öfter haben als nur einmal. Ja. Und natürlich, es macht sie noch zwischendurch mal Equip. Was, wieso habe ich noch Graus Equip? Graus Equip einfach mal wegzuschreddern, weil das braucht ihr in der Regel nicht. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, äh, warum auch immer, behalte ich gerne teilweise blaue Kopien übrig. Wenn ich genau weiß, dass ich es noch brauche, aber zwischendurch ruhig die blauen wegmachen. Also zwischendurch gibt es gute Gründe, Sachen, wenn ihr sie auf jeden Fall als Elite-Version rumliegen habt, also auf diese Velotten-Version rumliegen habt, hüttelweise, dann macht ruhig die blauen alle weg. Macht ruhig die blauen weg, nur nicht alle. Weil zwischendurch kann es sein, dass manche Schiffe ganz spezifische Knarren brauchen. Dann wäre es ja schade, wenn ihr genau das gerade kaputt gemacht habt. Und ja, natürlich, diese ganzen Klamotten können wir noch nicht nur aufwerten, mit den passenden Skillbüchern als auch Coins. Ähm, ja, dementsprechend, die besser die Qualität ist, desto höher konntest du maximal aufwerten. Ja, maximal ist trotzdem Level 10. So, jetzt haben wir das Equip, wir haben die Schiffe. Ähm, Forschung, wir haben nämlich eben Prototypenwaffen, er erzählt was von. Geh mal kurz beim Lab hin. Ja, geh mal kurz bei Research vielleicht rein. Ja, das ist einfach auch so eine, in Anführungsstrichen, tägliche oder beziehungsweise zeitliche Quest, wo wir eben diverse Blaupausen rauskriegen, eben auch für gewisse Research-Schiffe. Und die sind nämlich hier unter dem Shipyard zu finden. Wenn ihr erst mal, ich bin mir relativ sicher, müsst ihr ein bisschen höheres Level haben. Und dann könnt ihr eben anfangen, Schiffe hier, ja, zusammenzubauen, wenn ihr eben genug Punkte, vor allem Erfahrung gesammelt habt in der Schlacht. In dem Fall, dann müsst ihr mich von der Royal Navy, wie was, von Light or Heavy Cruiser eben Erfahrung sammeln, damit dieser Balken voll wird. Danach muss ich noch einen Balken voll haben. Und dann gibt es jede Menge andere Klamotten, die man vorher noch erledigen muss. Das, grüchigerweise sagt das Spiel einem, was man über Anschleppen gehen muss. Und dann kann man eben so ein sehr spezielles Forschungsschiff oder geforschtes Schiff eben freischalten. Und davon gibt es sehr, sehr bärtige, vor allem mittlerweile haben wir nämlich Charge 2 schon am Start. Und da habe ich grüchigerweise auch schon das ein oder andere Schiff fertig gekriegt. Daumen hoch. Aber mittlerweile habe ich erst mal wieder zurückgewechselt und habe gesagt, na komm, fangen wir erst mal an, hier noch ein paar von der ersten Charge quasi noch fertig zu kriegen. Und dann gibt es eben Blaupausen, die wir reinaufangen gehen können, damit diese Schiffe nochmal besser werden. Oh, wir haben auch gar nicht mehr so lange hin. Wir haben bald es geschafft, dass auch sie Level 30 endlich. Das wäre doch mal nicht schlecht. Da kann man nicht nur mal die Stats erhöhen. Weil diese Forschungsschiffe können wir nicht mit Kopien anderer Schiffe aufwerten. Oder jetzt generell mit irgendwelchen Common-Schiffen. Nein, nein, wir müssen tatsächlich diese Blaupäne haben, damit sie besser werden. Das ist ein bisschen aufwendiger, das Ganze. Und weil es noch einen Reiter hier gibt, Fleet Tech. Das ist nämlich der Grund, warum wir Schiffe auf maximal Limit breaken und vor allem vielleicht Level 120 irgendwann erreichen. Weil dann schalten diese Schiffe extra nochmal Bonuspunkte frei. Ja, und zwar für die ganze Flotte Punkte in der Regel. Und zwar meistens Lebenspunkte. Oder lass mal kurz gucken, ob wir sie irgendwo finden hier gerade. Bei Zerstörern irgendwo hat man hoffentlich die Übersicht mal gerade gehabt. Hier sehen wir es gerade noch nicht. Manchmal gibt es auch nur einen Lebenspunkt oder mehr Attack für Torpedos oder sowas in der Art. Aber generell Schiffe Limit breaken und auf Maximum bringen, ist nie eine verkehrte Idee. Und wenn ihr genug Schiffe gesammelt habt, sowieso, deswegen bin ich ein großer Fan vom Sammeln, schaltet eben noch das hier oben frei. Wo ihr nämlich die ganze... Den ganzen Verein besser machen könnt, wenn ihr genug davon habt. Solltet ihr genug von der Eagle Union haben, also von den US-Schiffen, dann könnt ihr eben für die ganze Flotte alle diese Schiffe kriegen. Nach denen sind Bonus hier. Ja gut, ich meine, Flugzeugangriffsbonus kriegen logischerweise nur die Schiffe, die Flugzeuge haben und nicht andere. Aber generell gibt es nochmal so einen kleinen Extra-Bonus hier drüber auch nochmal. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach nur Schiffe haben von der Fraktion und die eben leveln und Limit breaken. Und dann gibt es eben Möglichkeiten, immer weiter höhere Stufen hier frei zu schalten. Und gerade wenn ihr Fans von irgendjemanden seid, macht es natürlich Sinn, gerade diese Schiffe immer weiter zu sammeln. Auch wenn ihr die Schiffe überhaupt nicht toll findet. Aber allein schon hierfür macht es auf lange Sicht durchaus Sinn. So, jetzt haben wir das alles gerade. Wir haben die Forschung, wir haben die HQ, Cat Launch. Wir können mittlerweile ja Katzen überall mitnehmen. Und die haben eben Stats und darüber könnten wir uns stundenlang unterhalten. Aber generell, generell, guckt euch die Katze an. Was für Stats hat sie, was für Skills hat sie. Und dementsprechend, was hier so steht, in meinem Fall war es jetzt hier gewesen, Oh, Ausweichchancen von leichten Cruisern oder von anderen Kreuzern generell wird erhöht nach dem Logistikwert, den ich habe. Und dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, hier was zu buffen. Dementsprechend, wie viele Kopien ich die Katze schon reingeopfert habe. Oder hat halt Skills, die eben Kreuzer besser machen. Dann wisst ihr schon, ja, ich packe das am besten in eine Flotte, wo viele Kreuzer drin sind. Und schon ist die Sache eigentlich durch. Und es gibt eben zwei Positionen bei diesen ganzen Katzen, die wir glücklicherweise hier nämlich sehen können. Lasst mir kurz eine andere Sache hier auswählen. Aber das einfachste ist bei den U-Booten für mich. Denn dort, genau, bei den U-Booten ist es für mich halt sehr einfach, weil ihr braucht nämlich eine Command-Cat sozusagen. In dem Fall ist das Steel. Und Steel ist jetzt nicht, glaube ich, zwangsweise eine Command-Cat generell gewesen, wenn ich mich vertan habe. Aber zumindest steht hier nirgends so bei, dass sie eben eine Stuff-Cat ist. Denn der erste Slot ist eben normalerweise für Command-Cats oder für Katzen, wo eben nichts Spezifisches beisteht. Und die zweite Slot ist eben extra für Stuff-Cats. Meistens von den Skills her wurde gesagt, ey, wenn du in dem Slot für Stuff-Cats bist, kriegst du A, B, C, D quasi Sachen freigeschalten. Und es gibt eben noch einen generellen, prozentuellen Attributs-Bonus hierbei. Manchmal auch einen Festwert-Bonus. Und da das jetzt eine U-Boot-Flotte natürlich im Hintergrund ist, ja, die sind generell alle super für U-Boote oder eben Zerstörer. Und deswegen sind die beiden eben immer zusammen bei mir. Warum nicht, sag ich mal. Wie gesagt, darauf könnt ihr mal ganze Folgen verwenden, um die Katzen darüber zu diskutieren. Aber das machen wir an der Stelle nicht. So, jetzt haben wir das, wir haben 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 das. Schiffe bauen, haben wir auch schon erzählt, was zu gilden. Habe ich bis jetzt noch nicht wirklich mich drum gekümmert, weil bis jetzt habe ich zumindest so weit verstanden, dass es noch nicht wirklich einen Bonus dafür gibt, für irgendetwas dort. Ja, bis jetzt gab es da noch nicht wirklich einen Bonus, deswegen habe ich es mehr oder weniger außen vor gelassen. Und das Einzige, was uns jetzt noch zu unserem guten Glück fehlt, ist, ich habe bestimmt was Wichtiges vergessen. Ich werde mit euch, danach fällt mir ein, Mensch, das hättest du auch noch wichtigerweise erwähnen sollen, Mechaniken. Oh ja, Schlachtfeldmechaniken. Wenn du es sagst, aber nein. Denn Schlachtfeldmechaniken, natürlich haben wir jetzt so einen Hard-Modus und so weiter und so weiter, das ist alles schön und gut. Aber es gibt ja noch ein paar andere Geschichten, nämlich zum Beispiel gerade hier das hier. Wenn ihr den SBU-Boot habt, habt ihr natürlich dieses SOS-Signal hier unten in der Ecke. Und wenn ihr eben hier suchen gehen lasst. Dann kriegen wir eine Mission angezeigt und können da hingehen. Was natürlich nicht besonders toll ist, wir reden von 4-1. Und in den nächsten zwölf Stunden können wir eben da reinmarschieren. Und eben uns diesen Gegner dort stellen. Warum machen wir das? Ganz einfach. Dieses SOS-Signal ist mehr oder weniger, wir kämpfen gegen andere U-Boote. Das heißt, wir kriegen dort auch meistens Equip, auch wenn es hier nicht unbedingt beisteht. Aber wir kriegen eigentlich Sachen hier speziell fürs U-Boot. Und dafür macht die Sache durchaus Sinn, das zu machen. Und dort sollte man seine Flotte auch extra ein bisschen eingestellt haben auf sowas wie Sonarequipment und extra Treibladung, damit man U-Boote überhaupt angreifen kann. Ansonsten muss man so lange warten, bis sie von sich aus auftauchen, was ein bisschen lange dauern kann. Ja, aber dafür ist jetzt das SOS-Signal hier unten in der Ecke da. Der Challenge-Mode. Am Anfang gab es noch was Cooles hier zum Freischalten. Jetzt gibt es nur noch so einen zeitlich begrenzten Chat-Bubble, den wir hier freischalten. Und muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich nicht. Deswegen ist zwar eine Mechanik, aber... Naja, also ist halt nur da. Die War Archives habe ich auch schon mal erwähnt, wie das funktioniert in der Regel. Wir können dort eben in vergangene Kampagnen reinsteigen und dort vor allem farmen, aber eben nur zeitlich begrenzt. 15 Minuten, glaube ich, kriegt man pro Ticket, was man hier oben ja jeden Tag sich holen gehen kann. Und dann geht man da rein, kämpft ein bisschen sich durch und dann ist es auch gut aus. Und es gibt natürlich auch noch so ein paar kleinere Event-Karten, wo man reinmarschieren kann. Für meistens Equipped muss es ganz ehrlich sein, weil manches Equip ist schon ziemlich nice gewesen. Aber ansonsten muss man das nicht unbedingt... Aber ihr könnt tatsächlich auch Schiffe dort farmen. Also ich meine mich sehr zu erinnern, gerade bei den Event-Karten hier, da gibt es auch manche Event-Schiffe, die ihr darüber auch kriegen gehen könnt. Da fällt mir gerade ein, ich habe bestimmt was super Wichtiges gerade vergessen. Ich habe bestimmt irgendwas super Wichtiges gerade vergessen. Oh ja, stimmt, das hatte ich einmal erwähnt zwischendurch. Wenn ihr, da gibt es mittlerweile ja, wenn ihr oft genug an der Karte gekämpft habt, gibt es hier oben diesen Threat-Level. Den senkt ihr, je öfter auf einer Mission halt drin wart. Aber, aber, ich gehe mal gerade auf Hard, vielleicht sieht man es hier, vielleicht besser für Hard-Zeit. Nicht hier, nicht hier. Eeeh. Ich gehe mal kurz rein, weil ich das eh noch machen muss. Genau, es gibt nämlich hier oben ja noch diesen anderen Wert, nämlich dieses Air-Supremacy. Das heißt, wenn wir richtig viele Flugzeugträger dabei haben, haben wir die Lufthoheit und dann haben wir einfach Bonus-Schaden. Machen wir zum Beispiel auf gegnerischen Flotten, unsere Flieger sind besser. Oder wir haben einfach gar keinen Flieger dabei und dann haben wir einen Nachteil. Naja, wir werden übrigens auch teilweise öfter kritischer getroffen, also öfter kritisch getroffen. Und wir werden öfter auch in Kämpfe verwickelt, wenn wir nämlich, äh, ja, Hinterhalte quasi bei uns mal haben, wenn wir uns über die Karte in der Regel bewegen. Das passiert jetzt hier eh nicht mehr, weil ich alles nahezu ausradiert habe, permanent. Und, äh, ja, die Flugzeuge, ich habe halt totale Hoheit hier, deswegen passiert das nicht mehr. Aber es gibt noch weitere Mechaniken, denn zum Beispiel unter Strategie. Da sehen wir nämlich hier schon so zwei Button. Das eine wäre hier Reparatur, falls jetzt die Flotte eingeschlagen ist. Oder wir extra ein Reparaturschiff dabei haben, könnten wir so ein bisschen Heilung hier von benutzen. Meistens verbrauchsene Aufladung dabei. Und wir können die Formation ändern. Damit tun wir nämlich die ganze Flotte und einen anderen Bonus oder einen Malus quasi in die Hand drücken. In dem Fall wäre das nämlich, wenn ich die Info aktiviere. Weil nämlich, das ist meine Standard-Formation immer. Nämlich, wir haben 15% erhöhte Feuerkraft und Torpedoangriffskraft. Dafür haben wir 10% reduziertes Ausweichen. Natürlich, könnt ihr auch hier mal draufklicken, dann sehen wir nämlich das andere hier. Wie war es, die Ausweichschance, der ganzen Flotte wird um 30% erhöht. Und dafür die Feuerkraft und so weiter aber um 5% runter. Dementsprechend, was für ein Content man gerade spielt, war die 30% Ausweichschance. Das ist womöglich nicht schlecht. Dann haben wir natürlich noch hier die Geschichte, dass wir einfach Anti-Air sind. Ja, Flugabwehr sozusagen, plus 20% ohne Nachteil. Und dann, ah, sind wir hier vorne ausgezeichnet. Aber das wäre ja die Option. Und es gibt jetzt neu, diesen Button hier unten nennt sich nämlich Fleet Lock. Was heißt Fleet Lock? Ganz einfach. Angenommen, ich tue jetzt hier in den Gegner hier reinchargen. Dann würden wir ja so ein Bildschirm haben, wo ich nochmal theoretisch meine Flotte umstellen kann. Oder hier den Autokampf außen einstellen kann. Habt ihr das schon hundertmal gesehen bei mir. Wenn ich Fleet Lock aktiviere und nicht dann den Gegner angreife, kommt direkt der Ladebildschirm. Wir kommen also nicht mehr auf diesen Managed Bildschirm zwischendurch, sondern gehen sofort, jedes Mal sofort in die Schlacht. Ich hab's ausgelassen, weil es hat mich eher irritiert, ganz ehrlich gesagt, dass ich mir irgendwas gebracht hätte. Vor allem, wenn ich zwischendurch das Flaggschiff austauschen will, weil es zu sehr angeschlagen ist, gegen vielleicht eins der, ne, anderen Main-Fleet-Schiffe, die halt kaum was abgekriegt haben. Ähm, ja, dann geht das natürlich nicht, weil wir automatisch den Kampfschirm jetzt mal starten. Ja. Deswegen lasse ich Fleet Lock tatsächlich momentan noch aus. Achso, zu guter Letzt vielleicht noch der eine kleine Hinweis. Wenn wir natürlich die Munitionsanzeige leer haben, dann tun so Schiffe deutlich schlechter kämpfen. Es gibt zwar ein paar Schiffe, die natürlich dann in der Lage sind, dann der Flotte noch einen gewissen Bonus mitzubringen. Da haben wir keine Munition haben, aber trotzdem noch besser, halbwegs gut kämpfen. Aber am besten, man lässt es gar nicht erst da hinkommen oder benutzt zwischendurch solche Felder wie hier, wo gesagt wird, oh, ich lad lieber meine Munition wieder auf. Ja, das ist tatsächlich dann womöglich am Ende des Tages eine bessere Idee. Oder man hat Versorgungsschiffe dabei, dann hat man in der Regel nämlich nicht mehr fünf Munitionen, sondern sechs. Und das macht die Sache dann deutlich einfacher. So, jetzt haben wir den letzten Punkt, glaube ich, mittlerweile am Start, nämlich Aufwertung von Gegenständen. Ich habe gesagt, dass man die Gegenstände aufwerten kann, läuft. Aber wir können natürlich was anderes tun, nämlich bei Items kurz gucken. Wir können zum Beispiel diese Tech-Kisten, hier die, glaube ich, können wir nicht vereinen. Nein, wir können sie nur aufmachen. Aber wir können theoretisch hingehen und eben gerade nicht essen, nicht essen, nein. Ja, hier, hier die billigen blauen Tech-Kisten können wir uns draufklicken und können Craft klicken. Und bei Craft können wir sagen, wir bauen die nächst höhere Tech-Kiste quasi daraus. Schade ist nur, dass wir aus der Violetten nicht die Goldene bauen gehen können. Das hätte ich tatsächlich am liebsten gehabt, aber wisst ihr was? Wir haben eine niedrige Chance, hier schon Elite-Equipment rauszukriegen und mehr oder weniger garantiert uns das eigentlich die Kiste hier. Wobei, ich sehe gerade, wir können auch Super-Rail hier rauskriegen, aber das ist das Höchste wiederum, was man überhaupt kriegen kann. Ja, und halt die Regenbogenfarben, wie ich schon meinte, da gibt es eben eine hohe Chance, eben gelbes Equipment rauszukriegen. Aber wie gesagt, Regenbogenfarbige Kisten extra kaufen irgendwo, wenn man sie durch das Event kriegt, top, extra dafür, irgendwoher viele Ressourcen rausschmeißen. Äh, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Ja, und diese Baupläne sind natürlich alle für die solche forschenden Schiffe, um die hier nachzuleveln. Deswegen spare ich und sammle ich schon wie ein absolutes Wolf mir da dran. Ach ja, und natürlich, wir können das gleich übrigens auch mal für Tech hier die Bücher, falls wir die irgendwie brauchen sollen. Und natürlich können wir das auch machen für diese Retrofit-Eben-Blueprints. Da können wir, ne, okay, bei denen war es nicht, aber die sind Tech 2, lass mich kurz gucken. Ich muss schon wieder weit runter scrollen, der kann das sein, ja. Genau, T1 können wir auch via Craft sagen und sagen, komm, bau uns mal einen ganzen Stapel von den anderen da raus. Das Problem ist, ihr solltet nicht alle benutzen, weil am Anfang für die ersten paar Aufwertungen vom Schiff braucht ihr tatsächlich diese billigen Pläne. Nur, falls ihr irgendwann zu viele davon haben solltet und zu wenige von den Besseren, macht es langsam Sinn, eben aufzuwerten. Aber ich meine mich sehr zu erinnern, wir können nicht von T, genau, wir können nicht von T2 eben auf T3 kommen. T3 müssen wir eben in den Hard-Missionen zum Beispiel erfahren. Tja, das ist natürlich ein bisschen bescheiden, aber was soll's, auch diese Bücher hier, diese Skill-Bücher. Oh, jetzt weiß ich wieder, was wir mal vergessen haben. Wir haben mal eine Sache vergessen, wir haben mal eine Sache vergessen, müssen wir gleich noch gucken gehen. Aber ja, wir können auch diese Skill-Bücher, die eben Low-Level sind, T2 auch nicht, Fragezeichen. Können wir T1 aufwerten? Okay, wir können keine Skill-Bücher aufwerten. Gut, wir können nicht das. Also diese zum Aufwerten von Equip können wir nicht aufwerten, aber wir können die aufwerten für die Schiffe, sollte das gehen. Ja, für die Schiffe zum Lernen von Skills, das können wir aufwerten. Jetzt haben wir es. Seht ihr mal, es ist nämlich der einzige Bereich, den ich noch vergessen hatte, den ich noch nicht draufgeklickt habe, wirklich. Und zwar nämlich Tactical Class. Und zwar reden wir hiervon natürlich, dass wir eben Skills von den jeweiligen Schiffen erhöhen. Startbasis fangen sie mit einem Level an und wir können das Maximum auf Level 10 bringen. In der Regel macht es viel Sinn, gerade eure Lieblingsschiffe auf jeden Fall alle Skills, die möglich sind, eben auf Level 10 zu bringen, damit die eben maximal mit ihren ganzen Sachen reinhauen. Weil in der Regel werden die ganzen Zahlen und Werte eben besser und das macht das Schiff eben x-mal stärker teilweise. Deswegen ist es eine gute Idee und dafür brauchen wir eben diese Skill-Bücher. Und beim Ernst, ganz ernst, ganz ernst, von meiner Seite aus, den Bereich hier unten muss man nicht ewig... Also da gibt es natürlich auch ein paar Slots, die man gegen Echtgeld, Ressourcen frei kaufen musste. Und auf lange Sicht gesehen, ich meine, jetzt mittlerweile benutze ich den Slot hier unten, aber ich habe das lange Zeit wirklich nicht benutzt, obwohl ich es freigeschalten habe. Weil mir fehlen immer die Skill-Bücher, weil man kriegt die so schlecht im Verhältnis zu dem, wie man es schnell raushaut, ständig. Und zu guter Letzt fehlt uns noch eine Sache, die nämlich sehr gut versteckt ist, zumindest an die ich mich jetzt spontan erinnere. Nämlich unter Momento gibt es die Memories, wo ja standardmäßig die Kampagnen abgespeichert werden, aber nicht nur die. Wenn wir oben nämlich beim Reiter gucken gehen, gibt es extra nochmal was mit Schiffen. Und dort sind die ganzen Memories von den Schiffen aufgeführt. Und mehr oder weniger ist das eine kurze Questreihe, wo der Hauptcharakter eben das jeweilige Schiff ist. Und wir können darüber auch ein paar Ressourcen, ein paar Retrofit-Pläne und so weiter freischalten. Und nebenbei, dass wir sie zwischendurch zum Kämpfen mal mitnehmen müssen, wir müssen auch Affinity auf 100 von denen irgendwann bringen. Das ist auch eine der Quests, die wir erfüllen müssen. Deswegen, ja... Das Gute ist, jetzt habe ich sie endlich auch mal gekriegt. Deswegen kann ich auch deren Momento auch mal fertig kriegen. Und bei vielen anderen habe ich nur angefangen, hängen wir momentan bei 5 fest, weil es nämlich nicht unbedingt Affinity war. Aber eh was anderes müsste ich da gerade tun. Da dachte ich mir, okay, das wird ein bisschen länger dauern. Aber das empfehle ich auch jedem. Auch auf jeden Fall, wenn der Schiff haben soll und ihn toll findet, ruhiger machen, weil es lohnt sich. Sagen wir mal so. So, und ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles benannt, was geht. Mit der einzigen Ausnahme ist der Sekretär. Die Münzen und die Medaillen, die wir freischalten, darauf gehe ich gerne lange ein. Aber das sollten wir auf jeden Fall noch kurz gucken. Weil wir können theoretisch mehrere Sekretärenschiffe hier uns reinschmeißen, wenn wir eben oben in die Ecke klicken. Und in der Regel, das Schiff, was uns eben dort begleitet, quasi durchs Spiel, mit hilfreichen oder sinnlosen Kommentaren, das tut eben auch Affinity steigern. Oh, jetzt ist die Sache, letzte Mechanik eingefallen, die wir noch haben. Affinity der Schiffe zu uns, ja. Aber ja, Sekretärenschiffe hier hinschmeißen ist auf jeden Fall schon eine gute Idee. So, dann kommen wir nämlich wirklich zum letzten Punkt des Tages, weil da habe ich mich auch heiser geschwätzt heute. Wir reden nämlich von Affinity. Was ist Affinity überhaupt? Affinity, doch heißt es. Und zwar, unsere Schiffe haben nämlich Affinity-Wert. Das ist quasi die Zuneigung zu unserer Person, sozusagen. Und natürlich, wenn wir sie ständig hops gehen lassen in Missionen oder sie viel zu oft in Einsätze schicken, dann sind die irgendwann mal angefressen. Ja, das sollten wir nicht tun. Aber wenn wir diesen Wert erstmal auf 100 kriegen sollten, können wir dieses Schiff heiraten. Und dafür gibt es tatsächlich auch eine extra Animation. Das habe ich bis jetzt noch nicht getan. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemeint. Weil ich habe das tatsächlich einen Teil dieser Tutorial-Mission in Anführungsstrichen. Und der letzte Teil ist eigentlich, ja, tu eben so einen Ring deinem eingetrauten Schiff in die Hand drücken und so weiter und so fort. Und dadurch gibt es auch einen Buff, wie wir uns sehen können. Es gibt da, wie war das? Auch mit Ausnahme von dem Speed und dem Gear, den wir haben, kriegen die ganzen Schiffe plus 6% Bonus auf alle Stuts. Was natürlich für manche Schiffe absolut katastrophal gut ist. Also sehr nationell, müsste man beinahe auch sagen. Gerade wenn es ein bisschen Schiffe sind, die hohe Stuts haben in irgendeiner Richtung. Und sie kriegen in der Regel sogar einen neuen Skin freigeschalten. Und so weiter und so weiter und so fort. Aber da kann ich jetzt gar nicht so einen Hafen aufreißen. Ich weiß nur eins, einen dieser Promise Rings, also Ehringe, kriegt ihr vom Spiel geschenkt. Und den ganzen anderen müsst ihr eigentlich kaufen. Was ich, wie ihr sehen konntet, eben Depot schon ein paar Mal getan hat. Und ich warte eigentlich, wie war es, denn prüfe, wer sich ewig bindet. Ich weiß immer noch nicht, welchen Schiffe es ist. Aber wie das immer so ist, man soll sich eben sehr gut überlegen, wie man so einen Ehring in die Hand drückt am Ende des Tages. Und ja, ich würde sagen, jetzt haben wir soweit alles gesehen. Und ich sage nur noch eins, danke fürs Beispiele und Zuhören. Das waren soweit eben die Mechaniken in Azulain, soweit ich es jetzt überblicken konnte. Ein paar Kleinigkeiten habe ich, glaube ich, außen vor gelassen. Zum Beispiel die Sachen mit dem, dass man im Momento nachgucken kann, wo man die Schiffe fahren gehen kann. Oder jetzt, dass man Skins noch kriegen kann, auch für Schiffe und Waffen. Aber das ist nicht wirklich so wahnsinnig... Danke, hat man heute, glaube ich, schon mal gehört. Aber ja, das ist heute, das ist nicht wirklich so wahnsinnig relevant, weil ich habe jetzt nämlich auf die Sachen bezogen, die eher, schon ein bisschen eher spielmechanisch und, äh, spielentscheidender sind. Und dann, ja, wahrscheinlich ein bisschen spielentscheidender, vor allem auch sein. Deswegen sage ich nur noch eins. Bis zum Tag also erstmal. Und tschau. Und falls irgendeiner noch was Wichtiges weiß, was ich vergessen habe, kann er es ja in die Kommentare schmeißen. Daumen hoch.